Hallo, ich begrüße euch. Ich heiße Paul Scorpion. Vielleicht merken sie, ich bin Amerikaner, aber ich bin hier in Deutschland seit 22 Jahren. Und letzte Woche in Österreich war ich auf Fernsehen und war auch an eine Sendung. Und es ist eine Sendung, es heißt meine letzte Chance. Und es geht an Leute, die waren schon behandelt in Krankenhäuser mit anderen Methoden und es hat nicht so viel gebraucht und dann die waren da mit uns in Österreich im September. Die hatten dann verschiedene Behandlungen bekommen, auch von mir. Und soweit ich weiß, das nächste Woche ist die zweite Sendung und dann übernächste Woche die dritte bis vier Sendungen. Und das war wirklich schön zum mitmachen. Und dann viele Leute hatten mir geschrieben in die letzten paar Monate, ob ich bereit bin, dass ich fahre wieder nach Österreich und lerde diese Methode. Ich habe lange in Österreich Seminare gegeben, in Semrak, auch erstmal in Graz und auch einmal in der Nähe von Wien. Und jetzt in April, diese kommenden April, fahre ich dahin und lerde ich dann Heiland 1 zusammen mit Heiland 2 in Semrak, das Trätner Hof Hotel, Seminare Hotel. Und es ist einfach so, es fängt an, an die 14. April und läuft von vier Tage bis die siebzehnten April. Wir fangen an am Samstag um 15 Uhr nach Mittag, dass die Leute dann anreisen können. Und dann am Samstag, wir sind zusammen bis 21 Uhr. Bis Dienstag, die siebzehnten, dann sind wir zusammen bis 16 Uhr. Und in diese vier Tage, dann lerne ich erstmal, was das Lustig, das Lustig war mein Lehrer, ziemlich bekannt, auch in Österreich damals, wie er beschreibt, was seine Persönlichkeit ist und von was wir leiden, korblich und seelisch. Aber auch in diese vier Tage, ich lerne eine Methode über die vier Tage, ich nenne das die Basic-Behandlung. Es läuft über 45 Minuten bis eine Stunde und es funktioniert super, dass euer Freundinkreis oder Klientin wirklich dann befreit vom seelischen Korb und korblich leiden. Aber wenn man Lust hat und Zeit hat, dann ich bleibe da, wir machen eine Pausetage, sehr wichtig, diese Pausetage ist Mittwoch, die Akte, ich lese das da, und wir sehen uns nicht. Der Grund ist, wir müssen das integrieren, die ersten vier Tage integrieren, dass wir bereit sind, dass wir können dann noch tiefer reingehen in Heilung 2. Und das heißt, wir kommen dann an Donnerstag wieder, den 19. und sind wir dann zusammen bis die 22. Sonntag. Und in diese vier Tage, dann lehre ich mit Leidenschaft und mit Liebe diese tiefe Heilung Methode, das kommt auf Fernsehen bald in Österreich, wo ein Mensch kommt zum ein Heiler wie ich oder zum einer von meiner Teilnehmer, Teilnehmerinnen, siebenmal. Und das dann gibt die Gnade im Christentum, wir nennen das Christus und der Heiligen Geist, ein großes Zeitraum, kann ganz tief reinfließen in die Chakren, in die Unbewusst und dann bringt alle diese Müll oder was wir nicht mehr brauchen weg. Und das, ich brauche dann vier Tage mit euch. Und das werde dann vom Donnerstag bis Sonntag im April. Das ist in zwei, drei Wochen. Und dann lernen wir auch in diese vier Tage zusammen, die zweiten vier Tage. Wir lernen dann vier Behandlungsformen. Eine geht an die Reinigung von den zwei Stromen. Das fließt durch die Körper. Die, vielleicht kennen Sie das, das durch die rechte Gehirnteile. Fließt ein weiblicher Strom. In India, die nennen das die Ida-Energie. Und es fließt durch die linke Gehirnteil und beeinflusst und besorgt die rechte Körper seit. Und das ist eine Behandlung und es geht, dass diese zwei Strom werden befreit. Auch, wir lernen eine Behandlungsform, das geht an, dass die vier Elemente in den Körper, wir erleben die vier Elemente in den Körper, Hitze, Wasser, Feuer, also Luft und Erde. Und oft sind sie nicht in Balance in den Körper. Und nicht nur auf der Körpergebene, sogar auf der Seelische Ebene sind sie nicht in Balance. Und dann lernen wir, oder wir bekommen eine Behandlungsform. Funktioniert wirklich gut, wo die Gnade bringt dann die vier Elemente auf alle Ebenen in Harmonie mit einander. Und dann am Samstag, der dritte Tag vom Heiland 2, dann gehen wir ganz tief rein in den Aufbau von Familie-Karma, Familie-Energie. Und wie das aufgebaut ist über mehrere, mehrere Generations. Und wie wir das erleben jetzt. Und dann lernen wir auch an diesem Tag eine Methode, dass man dann über diese sieben Behandlungen stückweise oder eigentlich viel befreit von Kindheit und so weiter und weiter und weiter. Und dann an dem letzten Tag zusammen, Sonntag, wir lernen, was ich nenne, das Herz-Offenen-Behandlungen. Das die Gnade bringt uns einfach weg von der Unbewussten, bringt uns in das Herz für eine Weile. Das ist aufgebaut von einem wunderbaren Setzer in dem Johannes-Evangelium, wo Jesus besucht ein Dorf. Und die Einwohner von dem Dorf fragt Jesus, Rabbi, wo wohnst du denn? Und Jesus sagt zu ihm, kommt mit mir, ich zeige euch, wo ich wohne. Und dann sind sie weg für ein paar Tage. Steht nicht da, Nazareth oder Kaffernaum oder irgendwo. Aber das heißt, er hat dann die Energie in das Herz hier gebraucht. Und dann sind sie dann wieder in das Dorf gelandet und gesagt, er solltet es hier, wo er wohnt. Das heißt, die Gnade will uns das zeigen, wie das ist, wenn man kommt wirklich in die Liebe und erlebt die Liebe. Und auch in den vier Tagen, in Heilungsweihe, dann lerde ich auch eine Methode, das geht an Fernbehandlungen. Wie man behandelt dann über ein Foto. Und man braucht diese Form oft, wenn man begleitet die Leute durch die sieben Reihe. So, mein Website, falls ihr wolltet mir lernen, ist www.theosis.com und ich bin erreichbar unter die E-Mail kontakt at theosis.com nach einmal. Und das ist dann Highland 1 und Highland 2 zusammen. Und es steht schon auf meinem Kalender, wenn das gefällt euch, wenn einer will noch mehr lernen, dann bin ich da auch im Herbst und lerde Highland 3 und Highland 4 zusammen. Okay? Und das steht nicht auf meiner Website, aber dieses Sommer, im Juli, Spätjuni, lerde ich nach einmal Highland 1 und Highland 2 in St. Polten in Österreich. Okay? Aber ich tue das bald auf meiner Website. So, bitte, wenn ihr wolltet ein bisschen, wenn sie wolltet ein bisschen mehr wissen über diese, diese, diese 8 Tage Seminar, sieben, 8 Tage, 9 Tage, oder über die Methode, dann schreibt, schreiben sie, äh, mehr at kontaktattheosis.com Okay? In 6 Tagen, wir haben Osten, so ich wünsche alle, jeder hier einen frohen Osten. Dankeschön. Und, äh, Servus, und hoffentlich sehen wir uns bald. Tschüss. Dankeschön. 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 Vielen Dank.